Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen News rund um Schalke 04, kurz und kompakt in einem Video zusammengefasst. Es gab ja bereits erste Nachrichten darüber, dass man bei Schalke im Falle des Bundesliga-Aufstiegs mit einem Meta von ca. 40 Millionen Euro planen würde. Und das bedeutet, dass man auch keine wirklich teuren Transfers tätigen wird und auch preiswerte Spieler sucht. Und genau da gibt es nun auch das erste Gerücht, was auch eigentlich logisch wirkt, wenn man sich den Markt so anschaut. Denn wie die Bild-Zeitung berichtet, haben unser Sportforscher Peter Knebel, wie auch unser Sportdirektor Hoven Schröder, Tobias Mohr auf dem Zettel, der halt genau in dieses Beuteschema reinpassen würde. Mohr spielt aktuell bei Heidenheim, ist ein Flügelflitzer und würde Tore wie auch Vorlagen mitbringen. Und das ist sicherlich ein Faktor, der für uns Schalke sehr, sehr interessant ist. Denn erst einmal bringt er eine richtig gute Qualität mit. In der aktuellen Sorder alle Spiele für Heidenheim gespielt, 31 Mal schon auf dem Platz, schoss dabei sieben Tore und legt auch sieben Treffer auf. Und er ist flexibel, er kann nämlich die ganze linke Seite beackern, ist eigentlich als Linksaußen zu Hause, kann aber auch sogar linker Verteidiger spielen. Und damit ist er natürlich interessant. Zudem kommt dazu, dass sein Vertrag in Heidenheim nur noch ein weiteres Jahr läuft und sein Marktwert auf ca. 1 Million Euro geschätzt wird. Damit wäre auch die abblöde Summe ungefähr in diesem Bereich. Was auch wirklich durchaus interessant ist, ist, dass die Scouts von Schalke, so zumindest der Bericht, Mohr in der 2. Liga als absoluten Unterschiedsspieler sehen und ihm damit auch den Sprung in die Bundesliga zutrauen. Generell ist natürlich Tobias Mohr ein Spieler, der in beiden Ligen für uns sehr, sehr interessant sein könnte. Spannend ist zudem, dass Schalkes Verantwortliche die Fantasie haben soll. Aber das stimmt, ist aber hingestellt, dass er als Spätzünder vielleicht einen ähnlichen Werdegang wie Robin Gosens nimmt. Und zumindest vom Spielertyp kann man da auf jeden Fall Vergleiche ziehen. Mohr ist ja 26 Jahre alt und könnte dann mit Thomas Ovian, sollte er natürlich bleiben, unsere neue linke Seite bilden. Und im Fall einer Dreierkette auch als Backup funktionieren können. Und somit kann man auf jeden Fall festhalten, das Gerücht ist logisch. Das kann auf jeden Fall durchaus gut sein, ob jetzt die ganzen Details zu stimmen, sagen wir mal hingestellt. Aber der Name Tobias Mohr, der würde mir persönlich auf Schalke richtig gut gefallen. Mal wieder ein Flügelspieler, der enormes Tempo mitbringt, einen guten linken Schlappen, eine ordentliche Wucht, aber auch in Zweikämpfen flexibel einsetzbar. Und eben auch ein Spieler, der in der zweiten Bundesliga schon geteilt hat, was er kann und sicherlich auch das Potenzial hat, sich in der Bundesliga zu etablieren. Bernd Schröder ist seit Anfang des Jahres unser neuer Vorstandsboss und hat nun auch mit Schalke TV über seine ersten Wochen gesprochen beim FC Schalke 04. Und das waren auch extrem turbulente Wochen und für ihn war es auch ein fulminanter Crashkurs. Das Gute daran ist, wir konnten jetzt viel gestalten in kurzer Zeit. Das ist ja auch eine Riesenchance, Sachen auch gestalten zu können. Und das Zweite ist, ich konnte einfach viel kennenlernen. Dadurch, dass viel passiert ist und Druck da war, etwas zu entscheiden, musstest du auch die ganzen Entscheidungen zusammenbekommen, sagte Schröder in dem Interview. Zudem, ja, sagte er auch nochmal deutlich, dass natürlich auch schon viel passiert ist. Denn in seiner kurzen Amtszeit war unter anderem das Ende und die Trennung von langjährigen Hauptsponsor Gazprom, die Entlassung von Dimitros Gramozis, sowie auch die Platzierung einer neuen Anleihe zur weiteren finanziellen Konsolidierung des Klubs, der ja weiter noch hoch verschuldet ist. Es heißt ja, Schalke ein Leben lang. Das ist jetzt schon spürbar. Ich habe ja den Vergleich zu Leverkusen, das ist ein ruhigeres Arbeiten als auf Schalke, ganz klar. Aber es ist natürlich auch nicht so spannend, das ist auch relativ klar. Denn Ben Schröder kam ja im Winter von Bayer Leverkusen. In seiner Arbeit beim S04 gehe es auch darum, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, mit ihrem Schalke. Abzuholen, dann auszurichten und zu sagen, da geht es lang. Und dann noch voranzugehen, so Schröder. Der Klubchef sieht doch insgesamt eine positive Entwicklung. Wir sind schon einen Schritt gegangen, wenn man mal selbstkritisch ein Jahr zurückschaut, wo wir da standen oder noch im Sommer letzten Jahres. Das war ja nicht schön. Und vom Gefühl im letzten Sommer zum Gefühl heute sind wir schon die ersten fünf Stufen wieder hoch. Und auch jenseits des Gefühls, also rein faktisch, sei schon viel passiert auf Schalke. Die wirtschaftliche Stabilität ist noch nicht gut, aber wir haben schon eine wirtschaftliche Stabilität da. Wir wissen, wir sind handlungsfähig. Wir wissen, was wir machen. Und auch die Gewinnung neuer Sponsoren macht Schröder Mut, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit. Ich mache in den Gesprächen keinen Unterschied, weil Schalke ist so oder so grandios. Wenn wir nichts immer noch in der zweiten Liga spielen, dann ist Schalke trotzdem noch ein geiler Verein. Ist trotzdem eine Größe und eine Macht und eine Kraft, die auch für einen Partner gut ist. So unser neuer Boss, der mir auf jeden Fall sehr sympathisch rüberkommt und zudem anscheinend auch schon die richtigen Stellschrauben gefunden hat und weitere natürlich auch noch finden möchte. Simon Terodde fehlte ja gestern beim Mannschaftstraining. Das war aber auch komplett so geplant. Dafür hat er aber ein Interview abgegeben und auch ein paar Einblicke in die Mannschaft gegeben. Generell gab er aber auch erstmal Entwarnung. Morgen bin ich wieder ganz normal auf dem Platz. Passt alles, sagte er und machte damit klar, dass ab heute auch wieder normales Training für ihn ansteht. Er sprach auch über das Spiel gegen Werder Bremen. Diese 1-4-Packung hat schon wirklich auch wehgetan. Der Abend nach dem Spiel am Samstag tat weh. Den Sonntag habe ich teilweise auch noch gebraucht, erzählte Terodde. Der trainingsfreie Montag hätte aber für die Profis eine große Bedeutung gehabt. Den haben wir alle genossen, um auf andere Gedanken zu kommen. Irgendwann geht der Blick dann wieder nach oben. Und natürlich ist das auch vollkommen richtig so. Und auch für Simon Terodde wird es wichtig sein, dann eben auch im besten Falle wieder zu treffen. Hat er ja gegen Bremen auch geschafft, aber da hat er ja auch diese eine Riesenchance liegen gelassen. Und das wäre ja das 1-1 gewesen. Ich habe mich massiv darüber geärgert. Er erklärte Terodde und gab auch einen Einblick in seine Aufarbeitung. Noch am Abend habe ich mir die Szene oft angeschaut, um zu analysieren, wo bei mir der Fehler lag. Ich dachte, die Ecke ist frei, habe mich von einem Bremer Spieler irritieren lassen. Doch auch diese vergebene Chance sei nun abgehakt. Wenn ich am Freitag so ein Ding habe, muss ich den Ball reinmachen. Und am Freitag geht es ja gegen Sandhausen, die ja nach Standards gegen Nürnberg vier Tore gemacht haben. Wir haben ja gegen Bremen zwei Tore danach kassiert. Ich will das nicht groß thematisieren, sagte Terodde über die Standardstärke. Wir haben in den vorherigen Spielen viel wegverteidigt, was Standards angeht. Wir wissen, dass Sandhausen da gefährlich ist und müssen konzentriert zu Werke gehen. Auf das Spiel im Hartwaldstadion freut sich Terodde aber auch extrem, weil man doch einfach sagen muss, dass ja die Kulisse eine krasse Kulisse sein wird. Es wird ja bis zu 10.000 Schalkern mit gerechnet, die dann eben 15.000 Plätze einnehmen könnten oder von diesen 15.000 Plätzen 10 eben einnehmen werden. Und da sagte Terodde, das wird ein geiles Spiel. Ich habe schon ein paar Mal in der Tausend gespielt. Ich erwarte ein Heimspiel für uns. Es geht für uns schon beim Aufwärmen los, wenn man rauskommt und nur Leute im Blau sieht. Das muss ein Zusammenspiel sein zwischen Mannschaft und Fans. Und ich denke mal, genau darauf können wir uns auch verlassen und da eben auch Gas zu geben und im besten Falle gemeinsam auch nach dem Spiel den Sieg feiern zu können. Kurz nach der Übernahme von Mike Büskens als Interimstrainer war ja schnell klar, dass ein neuer Co-Trainer gefunden werden soll. Und er wurde dann auch ein paar Wochen später mit Peter Herrmann gefunden, der zu Schalke zurückgekehrt ist. Damit Matthias Kreuzer, Mike Büskens und natürlich auch noch Simon Henssler bilden sie ja das Trainerteam. Und das funktioniert wohl auch sehr gut. Denn Herrmann sei als Ergänzung für das Team ums Team auch ein wirklich guter Fang gewesen. So berichtet zumindest die Sportbild von einem sehr, sehr positiven Feedback aus der Mannschaft heraus. Es gibt nämlich vor allem zwei Aspekte, die die Spieler sehr an Peter Herrmann schätzen. Zum einen soll 70-Jährige sehr viel mit dem Einwechsel und Reservespielern beschäftigen. Einen klaren Fokus und zu viel Zeit für die erste Garde gibt es bei ihm nicht. Ein Beispiel ist da Jaroslav Mikhailov. Der junge Russe hat letztendlich keine wirklich große Rolle mehr gespielt und wird höchstens auch Schalke in ein paar Wochen wieder verlassen. Trainierte aber lange nach dem Training noch bessere Torabschlüsse mit Herrmann. Denn er zeigt ihm eine bessere Schusshaltung und sucht häufig auch das Gespräch, eine Beobachtung, die auch dem Team generell viel Respekt entlockt. Und zum anderen soll er auch intern Ruhe und Souveränität vorleben. Vor dem wichtigen Spitzenspiel in Darmstadt sollen wohl einige Spieler etwas nervös gewesen sein. Immerhin stand auch eine wichtige Partie im engen Aufstiegsrennen an und das vor ausverkauften Haus. Herrmann berückte die Spieler mit vielen Gesprächen und auch ein paar Umarmungen. Und auf diese Weise nahm er vielen den Ruck ab und das Ende ist ja bekannt, wir konnten mit 5 zu 2 gewinnen. Und auch Uwe Schröder, Scheiner vom Co-Trainer, dem er eine riesige Leidenschaft für den Fußball attestiert. Der Sportdirektor sagte zudem, hinzu kommt seine große Erfahrung aus vielen erfolgreichen Jahren im Profifußball. Mit sehr authentischen Auftreten passt er perfekt in unser Trainerteam. Und ich denke mal, das ist wunderbar zu hören, dass Peter Mann da auch wirklich die gesuchte Verstärkung ist. Im Sommer werden wir einen neuen Trainer präsentieren. Die Frage ist, wer es sein wird. Wer es auf jeden Fall nicht sein wird, ist Stefan Leitl. Denn der hat jetzt eine Entscheidung über seine Zukunft wohl getroffen und wechselt höchstwahrscheinlich zur kommenden Saison zu Hannover 96. Und somit ebenfalls in die zweite Bundesliga, wo er seinen Verein führt, absteigt. Und natürlich auch wir rein theoretisch auch in der kommenden Saison spielen werden. Bislang galt ja auch Stefan Leitl als Kandidat bei Hertha BSC, wie auch bei uns Schalkern. Hannover zahlt wohl rund 500.000 Euro in Ablösesumme, wie der Kicker und die Bild-Zeitung über einstimmend berichten. Und damit ist das auch wohl schon relativ fix. Also es scheint sehr realistisch, dass er noch diese Woche bekannt gegeben wird und Stefan Leitl zu Hannover gehen wird. Und ich finde das auch an sich gar nicht mal so verkehrt. Erstmal glaube ich auch weiterhin, dass an Stefan Leitl zu Schalke nicht allzu viel dran ist. Wenn man natürlich nach einem neuen Schalke-Trainer sucht, der für beide Ligen verfügbar ist, kommt man schnell auf Leitl, aber generell auch als Typ, glaube ich, dass der gar nicht so seinen Rohrpott gepasst hätte. Und vielleicht auch für Schalke generell andere Trainertypen passender sind. Und somit, wenn es dann offiziell gemacht wird, dass er zu Hannover kommt und somit nicht zu Schalke geht, sollte das für einen Schalker gar nicht mal so schlimm sein. Und ich denke mal, am Ende wird es auch so kommen. Wir werden einen anderen Trainer präsentieren. Wer das sein wird, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Denn da gibt es noch keine wirklichen Neuigkeiten zu. Ich denke mal, da müssen wir uns noch gedulden bis zum Saisonende. Alois Schwarz ist ja aktuell Trainer vom SV Sandhausen. Hat sich nur nochmal zu einem Spiel gegen uns Schalker geäußert. Über uns Schalker geäußert, aber auch über seine Mannschaft. Denn erstmal macht er deutlich, welche Bedeutung ein möglicher Sieg für Sandhausen gegen uns hätte. Denn der Klassenverbleib, wie er auch sagte, wäre nach der problematischen Vorrunde eine Wahnsinnsgeschichte für den gesamten Klub. In der Rückrundtabelle ist der Sandhausen aktuell beim Dritter hinter Bremen und uns Schalker. Und könnte mit einem Sieg gegen uns auch offiziell den Klassenerhalt feiern. Generell sieht es aber schon sehr, sehr gut aus. Für uns wäre der Klassenerhalt vergleichbar mit dem Aufstieg der Schalker, sagt nämlich Trainer Schwarz. Aber er hat natürlich auch mitbekommen, dass sich 10.000 Schalker auf dem Weg nach Sandhausen machen. Und natürlich sorgt das auch für eine ordentliche Begeisterung beim Trainer vom Sandhausen. Es ist schon Wahnsinn, was für eine Anziehungskraft dieser Klub besitzt. Für mich ist Schalke noch immer ein erstiger Klub. Und wird es nach dieser Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder sein. Nein, wir sind krasser Außenseiter. Und trotzdem, weil wir die kleine Chance, die wir haben, nutzen. Und dass Sandhausen solche Chancen nutzen kann, haben sie ja bislang auch gezeigt. Gegen unsere Mitkonkurrenten gab es ja bislang fünf Spiele. Davor konnten sie eins gewinnen. Und das war gegen Nürnberg plus vier Unentschieden holen. Gut, vielleicht wäre es Zeit dafür, dass wir jetzt einmal einen Sieg feiern. Und das ist natürlich vor dieser Kulisse schon eine Wahnsinnsgeschichte. Es ist ja schon eine skurrile Geschichte, wie die Karriere von Max Meier verlaufen ist, seitdem er uns 2018 als Weltklassespieler, übertrieben gesagt, verlassen hat. Und nun steht er vor dem nächsten bitteren Ende bei seinem vierten Klub innerhalb von gerade mal zwei Jahren. Denn vor einem guten Jahr war er noch bei Crystal Palace in der Vertrag. Wechseln zum RSFC Köln. Im letzten Sommer ging es da weiter zu Fenerbahce Istanbul. Und nun er nach Dänemark zum FC Michelin. Aber auch da läuft es für unser ehemaliges Land alles andere als gut. Und der ist schon wieder auf dem Abstehgleis. Sein Beginn war ja gar nicht mal so schlecht, bis dann in der Conference League ein Elfmeterschießen anstand, wo Max Meier den entscheidenden Elfmeter verschoss. Und danach war er teilweise sogar nur noch auf der Tribüne mit dabei. Und nun in der Meisterrunde spielt er die letzten zwei Spiele gar nicht mehr. Da war er nicht mal zum Kader. Zuvor wurde er nur zweimal kurz eingewechselt. Und somit kann Max Meier Dänemark wohl im Sommer wieder verlassen. Denn es gibt eine Kaufoption für den dänischen Klub. Aber das Siege gezogen wird, ist alles andere als realistisch. Und somit würde er im Sommer zurückkehren zu Fenerbahce Istanbul. Aber auch da wird wohl nicht wirklich mit ihm geplant. Und somit steht Max Meier vor dem nächsten großen Fragezeichen. Wo geht es hin? Wie geht es weiter? Aber es ist schon wirklich nahezu dramatisch zu beobachten, wie sich Max Meier entwickelt hat und wie er aktuell bei keinem Klub wirklich Füße auf den Boden bekommt. Und wirklich klarkommt. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit unserem ehemaligen Knappenschmiedetalent so weitergehen wird. Bei Paris Saint-Germain soll er im Sommer mal wieder der Kader aufgeräumt werden. Und natürlich gibt es auch da mal wieder Gerüchte um Thilo Kehrer und Julian Draxler. Denn unsere ehemaligen Spieler sollen Paris im Sommer wohl endgültig verlassen und dabei nochmal ordentlich Kohle in die Kassen spülen. Natürlich ist da die Frage, wie realistisch es dieses Mal ist. Wie natürlich auch ein möglicher neuer Trainer bei Paris. Dazu könnte es ja kommen mit den beiden deutschen Nationalspielern plant. Aber klar ist, sollten sie Paris verlassen, könnten wir Schalker davon extrem profitieren und auch ein paar Einnahmen generieren. Wohlmöglich sogar in Millionenhöhe. Dafür gibt es aber eine Bedingung und die ist die wichtigste. Wenn die beiden Spieler wechseln, natürlich auch im besten Falle für eine gewisse Ablösesumme, dann ins europäische Ausland oder generell ins Ausland. Also wenn sie von Frankreich wechseln, vollkommen okay. Wenn sie in das Andesland wechseln, auch okay. Aber sie dürften dann für nicht wieder nach Deutschland gehen. Weil dann würden wir wohl nichts bekommen. Es gibt ja auch schon Gerüchte bei Draxler um Leverkusen, um den BVB sogar mittlerweile, bei Kehrer, Bayern, bei der FC Bayern dran. Also das dürfte nicht passieren. Aber sollten sie zu einem anderen Klub gehen im Ausland, dann würden wir einen Anteil der Ablösesumme bekommen. Und das wäre ein Solidaritätsbeitrag für die Ausbildung. Also man bekommt eben für so eine Summe einen gewissen Prozentsatz und der liegt wohl bei 5%. Beispiel, Tilo Kehrer wechselt für 25 Millionen Euro. Wäre dieser Betrag von diesen 5% ja bei 1,25. Da würden wir Schalke aber nicht die gesamte Summe bekommen, weil eben Kehrer auch beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde. Dann wäre es ungefähr die Hälfte, ungefähr 700.000 Euro, die wir dann durch Kehrer bekommen würden. Bei einer Summe von 25 Millionen. Bei Draxler wären es halt diese kompletten 5%. Und somit könnte man in Summe, wenn man jetzt mal von beiden 25 Millionen ausgehen würde, um die 2 Millionen Euro bekommen. Und das wäre natürlich schon wirklich Geld, was extrem wichtig wäre und was wir auch gut gebrauchen könnten. Aber noch einmal, dafür müssten beide Spieler wechseln. Natürlich auch für eine gewisse Summe, damit auch wir was haben davon und halt im Ausland bleiben. Und das waren also Schalkes Daily News. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.